Wo sollte ich im Flugzeug sitzen, wenn ich keine Turbulenzen mag? Ich bin Alex, ich bin 24 und ich arbeite als Flugbegleiter auf der Langstrecke und ich versuche euch eure Fragen zu beantworten. Als erstes mal, Turbulenzen sind etwas, wovon man keine Angst haben muss und egal wo ihr im Flugzeug sitzt, ihr werdet sie wahrscheinlich wahrnehmen. Aber es gibt natürlich einen großen Unterschied, ob ihr ganz vorne sitzt oder ganz hinten. Die meisten Leute glauben, es ist am besten in der Mitte zu sitzen, weil sie glauben, dass das Flugzeug sich bei Turbulenzen so bewegt, aber das stimmt nicht. Ihr müsst daran denken, dass das Flugzeug sich super schnell nach vorne bewegt und deswegen bewegt es sich tatsächlich eher so und somit sind die ruhigsten Setzplätze im Flugzeug ganz, ganz vorne.